Oh, hier. Oh, 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 oh. Das glaubst du, das haben wir nicht. Und du... So, Leute. Hier sind wir auch. Aber wir werden uns jetzt nicht wie die ganzen anderen normalen Blöcke verstecken, sondern... Hallo. 최고. Showbob. Haha. Okay, wir laufen vorerst nochmal weg. Ich stecke mich nur ganz kurz, weil ich ihn hier angreifen möchte. Einfach so ausfahren. Weil ich es lustig finde. Dann schlage ich ihn ein bisschen. So. LOL, wo wurde er hin? Teleportiert. So. LOL, hier ist auch so einer. Sehr unauffällig. Und wir greifen ihn an! Okay. So, jetzt sind wir hier. Und, ja, der hat es drauf. Ähm, warte, bis wir hier freien gelassen werden. Hilfe! Hallo! Ja, ja, I know. Ja. Ja, ja. Hallo. Okay. So, jetzt können wir nämlich auch suchen. Müssen wir jetzt andere Blöcke finden. Nee, das ist alles okay hier, so. Ähm, nein. Du bist doch böse. Ja, ja, ja. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Ganz ruhig, klar. Oh, ich brauche noch. Okay, einen haben wir. Hier ist doch gerade einer gefakt. Nee, ist alles okay. Ähm, das soll so aussehen. Das kenne ich nämlich. Oh, hier. Oh, 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 oh. Das gab so etwas ja nicht. Und du auch nicht. Das sind die normalerweise nicht. Ja. Oh, da rät alles weg, da rät alles weg, da rät alles weg. Nein, nein, kampf schon. Wir haben jetzt das Erste kriegen. Wir haben jetzt das Erste kriegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Go, 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 go. Oh, oh, oh. Da, 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 da. Bös, 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 bös. Und schon haben wir es. Den auch, den auch, den auch, den auch. Den haben wir. Ja, und den haben wir. Gut. So. Äh, das ist okay. Es sind, wie viele Loch, wie viele sind Loch da? Scheiße, ich hab jetzt, ich hab's jetzt nicht gesehen. Kann man hier, nein, hier kann man nicht drauf. Hm, blöd von mir. Okay. Ähm. Oh Gott. Hat kurz geleckt. Ihr seht alle. Da, hier sind wir nicht hier. Und tot. Tot, tot, tot. Dankeschön. Dankeschön. Sehr nett. Ähm. So, wir laufen da jetzt noch. Das glaubst du doch selber nicht. Also bitte. Dankeschön. Hä? Okay. Ja, wir haben ihn bekommen. Und nein. Viel zu auffällig, viel zu auffällig. Nein, nein. Das war, das war nicht gut. Hm. Die sehen da alles so gut aus. Das sieht sehr gleichmäßig aus. Ja. Hm. So muss das aussehen. Und. Hm. Hier verstecken sich auch gerne mal welche. Äh. Hier ist aber gerade nicht. Und hier ging es auch irgendwie nach oben oder nach unten oder so. Irgendwie. Ah. Hier jetzt rennen sie ganz oft Leute. Äh. Hier diesmal nicht. Du. Nee. Du. Ist hier jemand dran? Oh. Lol. Das hier noch keiner war. Okay. Okay. Dann haben wir. Hä? Okay. Hm. Das ist alles okay. Yep. Ah. Hier draußen. Ähm. Hallo? Hä? Lol. Lol. Na. Hä? Okay. Das hier ist das nicht. Hallo? Du? Nee. Hier vielleicht? Nee, kann der gar nicht. Was stand los mit mir? Hier ging es doch irgendwo nach oben oder nach unten. Oder liege ich jetzt falsch? Nein, ich bin mir fast sicher. Zu 95%. Hier ging es nach oben. Dankeschön. Das heißt, der letzte oder die beiden letzten oder zwei sind es doch. Äh. Müssen hier oben sein und... Nein. Der kann so ganz sein. Aber der hier? Nein. Sie müssen hier irgendwo oben sein. Deswegen schlage ich jetzt einfach mal Valos auf alles ein, weil das jetzt einfach einfacher ist. Oh Gott. 82. Sekunden. Nein. Komm schon. Wir können das schaffen. Bist du es? Nö. Ja, wäre auch ein bisschen auffällig. Boah, das sieht alles so gut hier aus. Alles so perfekt. Hm. Wo auch immer diese Person sich versteckt hat, es war ein gutes Versteck. Oder es ist ein gutes Versteck. Was heißt jetzt? Aber ist es ja immer noch. Weil hier auch noch nicht entdeckt wurde. Boah, der hier wäre ja gar nicht ein gutes Versteck, glaube ich. Hm. Du vielleicht. Du, du, du. Ja. Hm. Schaden. Wäre zu schlimm gewesen. Äh, hier geht es auch nach oben irgendwie. Nein, hier geht es nicht nach oben. Schade. Hm, wo waren wir noch nicht? Komm schon, 40 Sekunden doch, 40 Sekunden. 40 Sekunden! Nope. Hier unten bleibt nicht. Oh! Hier bekommt einer Übel. Noch einer ist da, noch eine Überlebende. Nee, das wird jetzt auffällig, glaube ich, ja. Das wird so auffällig. 12 Sekunden doch, bei mir leckt es noch ein. Das leckt, das leckt, das leckt, das leckt. Okay, Leute. Ich würde sagen, ähm, er hat wohl gewonnen, glaube ich. Lol, hier draußen geht es auch noch weiter. Oh, hätte ich das gewusst? Hätte ich das mal gewusst? Oh, das war aber gar nicht richtig draußen. Okay, Leute. Ähm. Und? Nein, wir hitter sind vorne, obwohl es, obwohl ganz am Ende noch eine angeschlagen wurde. Lol. Okay, Leute. Das war jetzt eine Folge als Hitter. Vielleicht mache ich noch eine. Schleiß ich hinten dran. Je nachdem, wie viel Zeit ich gerade habe mit dem Hochladen und so weiter und so fort. Ich würde einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr den nächsten Spielmodus vielleicht öfter sehen, haben wollt, dann schreibt gerade in die Kommentare, entweder, äh, also Verstecker oder Fänger für das, was ich sein soll oder einfach gemischt. Also dann, Leute, ciao, ciao. So, Leute, hier sind wir auch wieder bei einer normalen Runde. Äh, diesmal werde ich mich von Decker und ich bin mit Abstand einer behinderten Block überhaupt geworden. Also ich weiß nicht, wo ich mich mit diesem Block tatsächlich irgendwo einigermaßen sinnvoll verstecken soll. Also, oh Gott, ich glaube, das wird wieder eine Runde als Hitter, also als Fänger. Oh mein Gott. Oh Gott, Jesus Christ, Jesus Christ, komm. Ah, ich variere in die Ecke. Oh Gott. Hoffentlich fällt es hier nicht auf. Oder fällt es hier auf, wenn es so eine Block in der Ecke steht, ich weiß es nicht. Es ist dieselbe Tag wie beim letzten Mal, dass ich diesmal kein Closedown bin, sondern so ein Piken-Dock. Okay, wenn einer kommt und hier rumschlägt, versuche ich ihn einfach zu töten mit diesem Piken hier, mit Rigslaus 1. Ja, ich versuche ihn zu töten. Oh Gott. Das wird gar nichts. Also, das wird überhaupt nichts, das weiß ich jetzt schon. Auf jeden Fall kann, also, auf jeden Fall werde ich den Deck wirklich mal jetzt behaupten, weil ich mich auf der ganzen, als der schlechtesten Verstecke überhaupt darf. Oh, wie sehr einfach, wie sehr behinderter Block, weil wieder einfach, wie sehr einfach mal die Laterne rumläuft. Okay, oh oh, hier kommt schon einer zu mir. Jesus Christ. Nein, geht bitte einfach weg. Okay, ich glaube, der geht wieder weg. Mal schauen, wie lange wir jetzt überhaupt überleben hier. Ich bin mal sehr gespannt. Kann ich eigentlich mich vielleicht auf diesen Block hochbacken und dann da oben drauf gehen. Das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn man sich Block hochbacken könnte. Aber gibt es den Backschutz? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Er kommt, er kommt, er kommt. Nein, nein, nein. Nein, oh Gott. Ich bin jetzt schon entdeckt, würde ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so tot, ich bin so tot. Oh Gott. Oh Gott, gleich kommt euch vielleicht nicht an. Ich werde mit euch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so tot. Oh Gott, ich bin jetzt schon so tot. Oh Gott, nein. Nein, jetzt kommt er. Nein, nein. Und er ist entdeckt. Oh, machen. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist nicht so auffällig, oder so? Okay, Leute. Jetzt sind wir wieder hier. Hallo. 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 Juh. Oh, komm mal, ein kleiner Pik. Äh, Klappe. Hallo. Ah, danke schön. So, ähm, wir werden jetzt natürlich auch noch weitere Blöcke suchen. Es sind immer noch hier noch zehn übrig. Aber ich möchte noch mal kurz nach ganz draußen gehen. Das war ja hier irgendwo so, hier da. Weil ich möchte was testen. Und zwar, ob man sich ja hochbacken darf. Also, ob es hier einen Backschutz gibt, oder... Ich glaube, es gibt Backschutz. Das ist nicht gut. Schade. Sonst hätte man nicht da oben drauf gekönnt. Hm. Schade, schade. Okay, laufen wir einfach mal hier entlang. Sieht alles okay aus. Ja, ja. Das, das, das sieht gut aus. Hm. Bis jetzt sehe ich keinen auf Anhieb. Vielleicht hier. Hm, der kann gar nicht sein. Weil der oben drüber blockt ist. Okay, das ist auch eindeutig. Kann man eigentlich... Okay, ist auch wieder eine Scheibe. Ich hätte mich auch irgendwie schlacken, wo der Sender keine gewesen wäre. Ähm. Hier drin ist keiner. Nope. Hm. Hm, 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 hm. Woll. Loi. Da gehen wir mal... Ernsthaft? Ernsthaft? Also, auffälliger ging es jetzt nicht mehr. Hm? Mist. Hey, lol. Loi. Warum kann ich da nicht rein? Ach, das ist Half-Stone. Das erklärt natürlich einiges. No. Hm. Das sieht ziemlich clean aus, aber es scheint doch noch mehr da zu sein, oder? Oder? Hm. Herr Schneepaar könnte man sich... Ne, darauf kann man ja gar nicht. Schade. Schade. Dann geh hin wie doch einfach mal wieder nach unten. Und suchen den letzten. Den letzten, der sich versteckt hat. Okay, ist noch einer da. Und es sind noch 33 Sekunden Zeit. Bin jetzt jeder gut. Such dann... Haben wir vielleicht eine Chance, ihn zu finden. Wir werden ihn finden. Oder auch nicht. Weil es sind immerhin nur noch 34 Sekunden. Ich hab echt gedacht, das wär's vielleicht. Aber leider nein. Ich glaub, es wird nichts. Ich glaub, es wird nichts. Nope. Ich glaub... Ähm, er hat es geschafft. Hier wird ja auch von keiner sein. Drei. Wieder haben... Die Verstecker gewonnen. Wo auch immer er es versteckt hat. Und... Das war's jetzt auch leider. Ähm, wir konnten uns leider auf unserem Extrem, dieser Art, nicht in Sicherheit wahren. Deswegen würde ich einfach sagen, ziehen wir's mein Ex-Mal wieder. Äh, und bye, bye. Und bitte nicht vergessen, äh, das vom vorherigen Ausschnitt in die Kommentare zu schreiben. Also, was ich dann spiele soll als nächstes. Ciao. 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 Vielen Dank.